Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum NFL-Mailback hier auf Spox. Mein Name ist Adrian Franke, natürlich noch ein paar eurer Woche 12 Fragen auch für den Mailback mitgebracht. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, so langsam kann man ein bisschen die Spitzengruppe abgrenzen in der NFL. Natürlich immer noch Bewegung drin, immer noch Teams, die überraschen, positiv wie negativ. Aber ich hatte diese Woche ja mein Power-Ranking und ich finde, so langsam kann man eine Top-7 vielleicht, ist ein ganz guter Cut-off-Punkt, kann man abgrenzen. Und danach eben Teams, die an jedem Wochenende in diese Spitzengruppe auch hochklettern können, aber die eben nochmal eine Nummer inkonstanter sind. Die Rams, auf die kommen wir gleich noch kurz, die Ravens, solche Teams, wo man dann immer noch so das Gefühl hat, die kann man nicht so richtig greifen. Aber ich finde, die Spitzengruppe setzt sich so ein bisschen ab und unten in der Liga. Die Lions, sicher der Favorit auf den Nummer-1-Pick in Detroit. Houston, Jacksonville, die Jets, das sind dann die anderen Kandidaten, die wahrscheinlich Top-5 picken werden, die wahrscheinlich diese Top-Picks dann letztlich unter sich ausmachen werden. Starten wir gleich mit der ersten Frage. Snackbyte hat gefragt, sind die Rams overhyped gewesen und ist Stafford wirklich ein Upgrade zu Gov dieses Jahr? Ja, Rams natürlich viel diskutiert. Ich habe ja auch am Montag ein bisschen ausführlicher über sie geschrieben. Ich wollte diese Frage vor allem wegen dem Zusatz nochmal mit aufnehmen, weil ich eine spannende Diskussion finde, natürlich ist Stafford im Vakuum betrachtet ein Upgrade. Ich denke, da sind wir uns alle einig, er ist der bessere Quarterback gegenüber Jared Gov. Aber wenn wir die Frage stellen, ist er für dieses Rams-Team wirklich ein Upgrade? Ich finde, da ist die Diskussion schon spannender. Ich bin trotzdem eher bei Ja. Aber ich habe ein bisschen schon drüber geschrieben und wollte nochmal ein bisschen drüber sprechen. Also overhyped, ich denke, ja. Selbst während der Saison, würde ich sagen, sind ja sehr gut gestartet vom Rekord her. Aber hatten sie relativ wenige überzeugende Siege. Also mit überzeugend meine ich Siege gegen Top-Teams. Tampa Bay, das war wahrscheinlich so der, den man am ehesten nennen würde. Aber sie haben eher schwächere Gegner geschlagen. Sie haben eher von einem guten Schedule profitiert in der ersten Saisonhälfte. Und sahen da, denke ich, auch ein bisschen besser aus, vom Rekord her ein bisschen besser aus, als es ihr sportliches Niveau an dem Punkt tatsächlich war. Ein Stück weit defensive Regression musste man immer mit erwarten bei den Rams. Das war in der Offseason auch ein Thema. Die waren letztes Jahr einfach so gut defensiv. Selbst wenn man sagt, sie sind immer noch gut. Und ich meine, das ist immer noch eine gute Defense. Aber sie sind vielleicht halt eher Top-10. So auf Platz 10, 11, 12 irgendwo in der Richtung. Und halt nicht mehr 1 wie letztes Jahr. Aber das musst du natürlich auch offensiv wiederum ausgleichen. Und dann Stafford. Also Stafford ist halt wirklich, man muss es mit dem Scheme-Aspekt zusammenbringen. Als Stafford kam, und das war ja das, was wir in den ersten Wochen der Saison auch dann teilweise gefeiert haben, wo wir gesagt haben, hier, da, da haben sie das Upgrade eben auf der Quarterback-Position. Als er kam, haben sie die Offense ja umgestellt. Also sie sind weggegangen von diesem wirklich sehr prägenden Outside-Zone-Run-Game plus Play-Action, was sie mit Goff gespielt haben. Was ihnen auch vor ein paar Jahren noch diese explosive Offense gegeben hat. Die mussten sie dann immer weiter zurückschrauben und wurden immer weniger vertikal. Weil die, finde ich, sie eben auch besser verteidigt haben. Und dann hatte man irgendwann diese Goff-Offense, die halt den Ball nur noch in kleinen Schritten bewegen konnte und nicht mehr so richtig vom Fleck kamen. Und Stafford kam und die haben die Offense umgestellt, sind vertikaler geworden wieder, sind aber auch mehr in Spread-Formation gegangen, haben wirklich schematisch auch anders gespielt. Was funktioniert, wenn der Quarterback gut ist? Also der Punkt mit dieser Umstellung eben für mich ist, wenn du so spielst, dann bist du abhängiger vom Quarterback. Mit Goff war es eben so ein Stück weit immer diese Quarterback-Proof-Offense irgendwo. Klar, natürlich, letztlich kommst du in diese Situation, wo dann dein Quarterback halt Plays machen muss und das war immer so das Thema, was wir auch bei anderen sehen, Garoppolo, Mayfield und so weiter. Wenn dann dein Quarterback Plays machen muss, dann wird es halt schwierig. Die Rams hatten das gleiche Problem eben mit Jared Goff und mit Stafford sind sie halt dann ein bisschen ins andere Extrem gegangen, dass sie gesagt haben, wir spielen mehr Spread, mehr Shotgun, wir werfen den Ball auch tief, wir attackieren mit unseren Receivern. Wir haben dieses Element immer noch drin, so dieses Play-Action-Under-Center-Game, aber es ist mehr ein Teil von unserer Offense, es ist nicht mehr die Identität unserer Offense. Und damit haben sie eben ihren Floor irgendwo auch aufgegeben, ihren schematischen Floor, den sie vorher hatten. Was du jetzt eben dann merkst, wenn der Quarterback nicht gut spielt und Stafford hatte immer diese inkonstanten Phasen in seinem Spiel, dann bekommst du eben Probleme, weil dann bist du auf einmal an einem Punkt, wo du den Floor aus Scheme-Perspektive nicht mehr hast und dein Quarterback dich nicht tragen kann. Und dann kriegst du eben schlechte Spiele einfach oder vielleicht sind es nicht immer unbedingt nur schlechte Spiele, aber Spiele, wo du halt einzelne Big Plays zwar hast, aber nicht so diesen konstanten Rhythmus. Das war so ein bisschen jetzt gegen die Packers auch der Fall. Und teilweise kriegst du auch Spiele, wo Stafford eben mit seiner Aggressivität das Spiel auch ein Stück weit wegwirft, kann man schon sagen. Also das Titans-Spiel war ja schon so eins, wo man sagen muss, dass er es weggeworfen hat. Ich denke halt, es ist ein schwieriger Balanceakt. Ich denke auf der einen Seite, du müsstest eigentlich aus schematischer Perspektive ein bisschen mehr zurück zu der Golf-Offense gehen und sagen, wir holen uns da wieder unseren Floor, kommen wieder in die Spur, versuchen so die Schiene so ein bisschen zu fahren. Auf der anderen Seite ist da die Frage, willst du das? Oder bist du dann nicht an dem Punkt irgendwo, dass du sagst, wieso haben wir überhaupt den Quarterback ausgetauscht, wenn wir jetzt die gleiche Offense mit den gleichen Limitierungen irgendwo widerspielen? Ich denke aber, das wäre der Weg für die Rams zu sagen, wir haben das versucht mit dieser Spread-Offense. Das ist uns zu wackelig, zu inkonstant. Wir gehen wieder mehr zurück zu der alten Offense mit dem Unterschied, dass wir jetzt einen Quarterback haben, wenn wir im Rhythmus sind, wenn die Offense läuft. Wenn wir dann ein Play, ein kritisches brauchen, ist die Chance höher, dass Stafford uns das gibt, als dass Goff uns das gibt. Und da eben, an dem Punkt sage ich, da wäre Stafford eben ein klares Upgrade. So wie sie jetzt die Offense umgebaut haben und wie sie auch abhängig von ihm sind. Und dann natürlich, da sind auch andere Faktoren, die Verletzung von Robert Woods natürlich, klar. O-Line, die jetzt teilweise schwächere Spieler hat. Aber so wie sie jetzt umgestellt haben, ist Stafford immer noch ein Upgrade, aber nicht in dem Ausmaß, wie sie es eigentlich bräuchten, um dann wirklich ein Contender zu sein. Und McVay hatte jetzt schon mehrfach das Problem, dass seine Offense im Laufe einer Saison schwächer wird. Also, dass offensichtlich Teams ein besseres Gefühl, besseren Zugriff drauf kriegen, defensiv. Und sie auch besser verteidigen können. Sprich, vielleicht so eine kleine Umstellung jetzt, offensiv gesehen, wäre gar nicht so schlecht, um zu sagen, wir gehen ein bisschen in eine andere Richtung, wir gehen wieder ein bisschen zu unseren Wurzeln zurück, schematisch gesprochen, und haben jetzt einen Quarterback, der die Probleme, die dann auftreten, innerhalb dieser Offense quasi, der die halt besser lösen kann, als Goff das vorher konnte. Vielleicht wäre das wirklich der Ansatz für die Rams. Nächste Frage. Janik hat gefragt, was traust du den Bengals in einer komplett offenen AFC zu? Sind sie ein Underdog, Undercover-Championship-Team? Die Bengals für mich sind spannend in diesem AFC-Playoff-Picture, weil sie so ein bisschen das Low-Floor-High-Seiling-Team für mich sind. Also, die letzten vier Spiele der Bengals waren die Niederlage gegen die Jets. Dann hatten sie dieses Debakel gegen Cleveland. Dann hatten sie dieses Spiel gegen die Raiders, was so okay war, haben sie gewonnen. Aber irgendwie der Endstand war da auch deutlicher, als das Spiel sich angefühlt hat. Und jetzt eben dieser klare Sieg gegen Pittsburgh. Also, sehr, sehr, ja, Team mit hohen Hochs und tiefen Tiefs irgendwo. Was natürlich ein Stück weit auch in die AFC passt. Sie können, glaube ich, überraschen in den Playoffs auch wegen dieser Offense. Weil sie eben mit Borrow, mit Chase, mit Higgins haben sie das Potenzial, je nach Matchup, ein Team zu überraschen und ein Team zu schlagen. Wenn das Matchup nicht gut ist, sagen wir beispielsweise, sie müssten irgendwie gegen die Patriots spielen oder sowas, dann sehe ich auch eine Chance, dass die Bengals sang- und klanglos ausscheiden in den Playoffs. Aber sie haben zumindest die Mittel, dadurch, dass sie nochmal potenziell eine sehr explosive Offense haben, haben sie die Mittel, um zu überraschen. Deswegen, ich glaube nicht, dass sie soweit schon sind zu sagen, sie sind ein Championship-Kandidat, ein Championship-Team. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das Matchup passt, nochmal, wenn sie in der AFC-Wildcard-Runde dann im ersten Spiel irgendein Team überraschen würden, irgendein Team überraschend ausschalten würden. Vielleicht gewinnen sie ja sogar die Division und haben sogar ein Heimspiel. Aber es würde mich, auch wenn sie auswärts spielen, würde es mich nicht wundern, wenn sie überraschend da gewinnen in der Wildcard-Runde. Almigut von Ehrenmann hat gefragt, gerade wenn man glaubt, irgendein Team könnte heiß laufen, legen sie sich in der nächsten Woche wieder ein Ei. Wie soll man daraus Schlüsse ziehen für die nächste Woche oder gar für die Playoffs? Ja, ich meine, das ist das Thema dieser Saison. Da habe ich hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Generell diese Inkonstanzen, die wir dieses Jahr haben von den Teams, was ich halt für mich eigentlich nur sagen kann und was sozusagen mein Tipp gewissermaßen auch wäre, ist, achtet auf die Matchups. Also achtet wirklich darauf, wem liegt was gut, wem liegt welcher Gegner gut oder was kann Team A gut verteidigen und was kann Team B besser für sich ausnutzen oder sowas. Und dann schaut auf die Paarung. Und das wäre auch mein Ansatz Richtung Playoffs eben. Also wenn wir sagen, wer hat in den Playoffs irgendwie gute Chancen weiterzukommen, wir hatten jetzt die Bengals gerade als Thema, wer kann da jemanden ausschalten, achtet wirklich auf die Matchups. Also nehmen wir die NFC, die Vikings. Vikings tun sich leichter gegen beispielsweise Green Bay oder gegen Arizona, weil es zwei Teams sind, die aus verschiedenen Gründen jetzt nicht die beste Run-Defense haben. Wenn sie gegen Buccaneers spielen müssen, bin ich mir relativ sicher, dass Minnesota in der Wildcard-Runde wenig reißt. Wenn sie gegen Arizona oder Green Bay spielen, dann würde es mich nicht wundern, wenn sie einen von denen auch rauskegeln. Wenn wir in die Aves gucken, Baltimore beispielsweise, wenn Baltimore gegen die Chargers spielt, da mache ich mir wenig Sorgen um die Ravens. Ich glaube, da würden die Ravens relativ souverän gewinnen, weil die Chargers einfach in ihrer Run-Defense nicht gut sind, hat auch strukturelle Gründe, schematische Gründe, wie sie es spielen, aber vor allem eben diese Defensive Line. Und da würde Baltimore, glaube ich, im Run-Game ein relativ leichtes Spiel haben. Wenn die Ravens aber gegen die Patriots spielen müssen, die Man-Coverage gegen sie spielen, die ihre physische Front gegen sie stellen, mit dem Nose-Tackle, mit den beiden Ends und den Linebackern dann dazwischen, die jede Gap gegen dich verteidigen, dann wird es, glaube ich, für Baltimore sehr schwer. Und dann würde ich tippen, dass die Ravens rausfliegen in ihrem ersten Spiel oder in dem Spiel dann gegen die Patriots. Matchups sind immer ein kritischer Punkt, wenn wir auf Spiele gucken oder wenn wir schauen, wer ist Favorit, wer könnte wen besiegen, wer könnte verlieren. Dieses Jahr, weil wir halt nicht diese dominanten Teams haben, die jetzt, wo man sagt, da haben irgendwie zwei, drei Teams, die irgendwie, oder zwei in jeder Conference oder so, oder klare Favoriten in jeder Conference. Klar kann man es ein Stück weit absetzen, habe ich ja vorhin gesagt, aber es gibt jetzt ja kein Team, was alles dominiert. Hatten wir ja in den letzten Jahren, in der Regular Season zumindest. Deswegen denke ich, dass es dieser Matchup-Faktor, welches Team kann was gut und welches Team kann was schlecht, dass der noch kritischer einfach ist. Und da wäre wirklich mein Ansatz zu sagen, ja, es wirkt manchmal sehr wild und es ist teilweise auch sehr wild, wer da gegen wen verliert im Moment und dann wiederum, wer gegen wen gewinnt. Aber ich glaube, man kann so langsam vorsichtig anfangen, ein Muster zu erkennen. Und das wäre dann auch eben Richtung Playoffs, wo ja, was ja noch eine Weile hin ist, wer weiß, was in den Wochen noch, in den sechs Wochen noch passiert. Aber das wäre mein Ansatz eben zu sagen, Richtung Playoffs schaut drauf, wer, wem was liegt und wem was nicht liegt. Eddie hat gefragt, was machen wir jetzt wieder mit den Titans? Tennessee natürlich gegen die Patriots verloren. Ich muss sagen, ich bin relativ unbesorgt bei Tennessee. Also die hatten jetzt, die hatten, glaube ich, nur drei Wide Receiver überhaupt active in dem Spiel. Denen fehlen die wichtigsten Waffen, überhaupt keine Frage. Die Backup-Runningbacks, die fambeln. Und trotzdem haben sie den Ball bewegt gegen die Patriots und hatten Chancen, das Spiel auch enger zu gestalten. Hatten Chancen, das Spiel auch vielleicht in eine andere Bahn zu lenken, wo sie das sogar gewinnen. Das war auch gegen Houston die Woche davor schon der Fall. Und klar, natürlich sagst du dann, Houston ist eines der schlechtesten Teams der Liga. Die solltest du halt auch dann irgendwie schlagen können. Aber auch da haben sie den Ball trotz ihrer Ausfälle eigentlich deutlich besser bewegt als die Texans. Und die Turnover haben sie halt gekillt. Und das war nicht ganz so extrem, aber schon ein Stück weit auch das Thema gegen die Patriots. Deswegen, Titans haben immer noch zwei Spiele Vorsprung auf die Colts in der Division, plus den Tiebreaker. Also eigentlich drei Spiele Vorsprung. Solange sie das über die Ziellinie bringen und Richtung Playoffs gehen und gesünder sind und vor allem natürlich AJ Brown, Julio Jones und Derrick Henry zurückbekommen, ich glaube, dann wird das ein komplett anderes Team sein. Und dann ist Tennessee halt auch so ein Kandidat, der vielleicht so ein bisschen gefühlt Richtung Playoffs stolpert. Ein, zwei Spiele noch verliert hier und da und irgendwie mit elf Siegen vielleicht die Division gewinnt, sowas in der Richtung. Aber in den Playoffs halt ein völlig anderes Team sein könnte. Also ich bin bei Tennessee immer noch relativ unbesorgt, muss ich sagen. Letzte Frage. Nico hat gefragt, was sollten die Steelers auf der Quarterback-Position machen? Jetzt für diese Saison noch reagieren und jemanden holen? Oder mit einem der Quarterbacks aus dem Roster die Saison zu Ende bringen? Was letzteres ist es Big Ben. Wer sollte es sein? Wie würde GM Franke den Rest der Steelers-Saison angehen? Ich habe es ja schon mal gesagt vor ein paar Wochen eigentlich. Für Pittsburgh, die Saison in meinen Augen ist eigentlich quasi durch. Also selbst wenn die jetzt irgendwie, jetzt sagen wir, sie hätten Detroit geschlagen, sagen wir, sie hätten irgendwie die Bengals auch geschlagen, sagen wir, sie hätten zehn Spiele gewonnen und wären irgendwie in die Playoffs gekommen. Pittsburgh ist kein Team, was in den Playoffs irgendwas reißt. Dafür ist die Offense einfach nicht gut genug. Und dafür ist Big Ben auch einfach nicht mehr gut genug. Ich habe es am Montag ja geschrieben. Big Ben, finde ich, sieht einfach physisch überfordert aus aktuell. Und dann ist es halt natürlich von der Prognose her zu sagen, klar, sie können sich irgendwie durchwurschteln, hier noch ein Spiel gewinnen, da noch eins gewinnen. Mit der Defense irgendwen überraschen. Und die Defense spielt aktuell auch nicht gut, muss man ja auch sagen. Aber das ist ja keine Basis für eine Prognose. Wenn wir jetzt sagen, was passiert in acht Wochen, dann ist es natürlich der deutlich wahrscheinlichere Outcome auch vor zwei Wochen eben gewesen, zu sagen, naja, wahrscheinlich wird Pittsburgh nicht Playoffs spielen. Und wenn sie Playoffs spielen, dann werden sie relativ schnell wieder rausfliegen. Wahrscheinlich ist halt die Realität im Moment, dass keine der Alternativen wirklich besser ist. Also wir haben Mason Rudolph ja gesehen, das gibt dir nicht mehr als Big Ben, so bitter das klingt. Ich würde an diesem Punkt sagen, und natürlich sehe ich ihn nicht im Training und in den Meeting Rooms, aber er ist noch im Kader, insofern vermute ich, dass sie irgendwie was von ihm halten. Ich würde Dwayne Haskins einfach mal reinwerfen. Und dann hat die Saison zumindest den Value noch, dass du Haskins analysieren kannst. Ja, und dann letztlich hoffen aus Steelers Fansicht, dass das Front Office einen Plan hat für die Offseason, weil der Umbruch wird kommen auf der Quarterback-Position. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Big Ben noch ein Jahr in irgendeiner Art und Weise dranhängt und ehrlicherweise aus Steelers Sicht jetzt nach dem Spiel gegen die Bengals wieder, das wäre ja auch völlig desolat. Also selbst, dass sie in diese Saison noch mit Big Ben gegangen sind, war schon merkwürdig und von außen nicht so wirklich nachzuvollziehen. Aber noch ein Jahr wird nicht passieren. Also da würde ich mich schon relativ festlegen. Vielleicht sind sie ja ein Team, was sagt, wir gehen noch mal aggressiver. Vielleicht sind sie ein Team, was für einen Russell Wilson tradet, der in meinen Augen schematisch gar nicht so schlecht, glaube ich, in das reinpassen würde, was Pittsburgh offensiv machen möchte. Es muss einen Plan B geben. Oder es muss einen Nachfolgeplan geben. Und ehrlicherweise muss man hoffen, dass die Verantwortlichen in Pittsburgh den schon im Kopf hatten, als sie in diese Saison gegangen sind. Weil selbst da war eigentlich in meinen Augen klar, das ist schon ein sehr hohes Risiko noch mal mit Big Ben. Und selbst wenn dabei noch was rumkommt, wird es trotzdem das letzte Jahr sein. Deswegen, ich denke, also ich würde aus Steelers Sicht versuchen, irgendwie Haskins noch mal reinzuwerfen. Vielleicht erlebst du ja eine Überraschung, eine positive. Und dann, ja, dann hoffen eben, dass es einen Plan gibt, ob der Russell Wilson oder irgendwie ein Trade in der Offseason ist. Oder eben zu sagen, wir haben im Draft 2-3 ausgemacht und holen uns da einen Mitte der ersten Runde. Oder wie auch immer, vielleicht tradest du hoch. Aber ja, also ich sage, Pittsburgh wird nächstes Jahr ein Starting Quarterback haben, der aktuell nicht im Kader des Steelers ist. Das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe noch mal ein paar zusätzliche Infos mit dabei gewesen, ein paar Ideen. Woche 13 steht ja schon an. Cowboys gegen Saints am Donnerstagabend. Euch viel Spaß dabei. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.